Hallo Leute. Hallo. Hallo Leute. Was, ich bin die Eins. Hallo. Mensch, das ist aber toll, dass ihr da seid. Hallo, hallo. Mensch, guck mal, Bödo und Ragoone sind dabei. Okay, warte. Ich hab mir jetzt legendäre Wurfnester geholt. Verdammt. Ach, ich hab sie da gefunden. Toll. Ich frag Bödo auch noch, wenn der jetzt im Urlaub ist. Hä, Bödo, willst du mitmachen? Ich weiß, merk ich selber. Ja, danke. Toll. Wenn ihr das eingeschaltet habt, wartet, dass Bödo dabei ist. Guck mal, dass ein Pferd. Na, so schade, dass das tot ist. Jo, hätt's mal nicht rumgeschrieben. Hat's ja noch nicht, aber hätte. Warte, da hab ich zwei Armbrüste dabei. So. Wieso? Also, Hand auf Dänisch. Hand auf Dänisch. Ähm, Hand. Das ganze Spiel wird Dänisch bei mir angezeigt. Ich glaube nicht, Tim. Oh. Hast du gemerkt, wie ich gebremst hab, ey? Profi halt. Boah. Da waren aber, da sind wir echt einige stolz. Oh. Oh, ist die über mir? Ja, ist tot. So wie die da hängt, ey. Geil, ja. Ah, verdammt. Das Röckchen gucken. TOS. Ah. Alter, sag mal. Sag noch einmal, schreib Nenne zu mir. Ja. Ja. Ja, ich würde mich selber unterbrochen. Äh, sei grad. Besser. Wär doch. Unhöflich. Was bist du so unhöflich heute zu mir, ne? Weil ich Däne bin? Du bist kein Däne. Du machst ja nur Urlaub. Ach so. Das hielt nicht, ja? Ich bin jetzt Däne. Und warte jetzt, wenn du auf Mallorca-Urlaub machst, bist du dann Malle-Typ? Ich bin jetzt Malle-Typ? Ich bin Mallorca-Urlaub. Ich bin Mallorca-Urlaub. Ich bin Mallorca-Urlaub. Ist das eigentlich Mallorca-Urlaub? Ist das eigentlich Mallorca-Urlaub? Ja, Maionese heißt es eigentlich. Ah, ich wusste es doch. Ist das Mallorca-Urlaub? Na klar. Er hat Ragun gesagt. Ja. Genau. Der weiß, der kennt sich da aus hier. Der weiß das. Eben. Und wo wohnst du, wenn du Mallorca-Urlaub bist? Ähm. Ja genau. Das wundert mich auch. Wo ist ne Hinweis? Bist du Franzose? Wo ist? Warte, ich bin Franzose? Ja. Bist du Franzose? Da hinten geht's ab? Da hinten geht's ab? Oh ja, da soll man melden. Ja! Ja! Achso! Was? Aber da geht's ab! Moment. Aber da ist aber kein Boss drin. Ne, da ist ja kein Boss drin, da schießen sie nur so. Ist doch auch schon zu Ende, ist doch schnell tot. Wo war das denn? Ähm, ich würd sagen, das war in, ähm, könnte in... Okay, aber nicht zu lang, ich geh so lang weiter. Ne, wie, was soll das heißen? Dass du lang überlegen darfst, ich geb dir die Zeit. Heißt das... Nichols Gefängnis? Was soll das auf Deutsch heißen? Bitteschön. Was? Das ist Gefängnis. Ich sag ja das auf Dänisch. Du hast ja nicht wirklich auf Dänisch, oder? Nein, aber wie soll denn das Gefängnis ausgesprochen werden, bitte hier? Nicols Gefängnis? Ist... Ja, aber wie Nicole hier geschrieben ist auf Deutsch. Nicht Holz. Nicht Holz. Nicol. Nicht... Aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Nic... Wie heißt denn das Ding auf Englisch? Guck mal hin. Sobald haben die... Nicols. Nicols? Ja, hinter uns machen sie den Nächsten. Oh, jetzt, jetzt... Warum werden wir jetzt eigentlich zu denen hin? Weiß ich nicht. Jetzt ist ja auch noch ein Pferd, was hier gleich abgeht. Oh, ist aber auch wieder ein Stress. Wo gehen wir denn jetzt hin? Da, wo sie schießen. Okay, dann gehen wir da hin, wo die schießen. Und wir, die schießen halt nicht mehr. Und wir, die anderen Seite schießen gleich. Nein, nicht zurück. Was ist doch Heilung? Warum? Du hast doch keine Ahnung. Kannst du aber Heilung geben? Nein, kann er nicht. Der braucht sie ja. Nein, du brauchst... Gib keine Ahnung nicht ab. Da findet er Heilung. Oh. Ist ja kein Problem. Hier ist ein Rabe gewesen. Einer. Ich habe nur einen gezählt. Die anderen waren schon weg. Denen sollen sie schon weg. Oh, da hinten, Leute. Da. Also im Wald. Da. Da. Da im Busch. Ja, vor und drinnen noch ein anderer. Ich glaube, die sind zu zweit. Da. Verdammt. So weit weg. Aber wenigstens habe ich denen schon mal gezeigt, dass wir da sind. Sehr gut. Mach mal so in Dänemark. Sind die weitergehend? Ich muss jetzt nachladen. Ich glaube, die sind echt weitergerannt. Ja, aber nicht wirklich weit, glaube ich. Weil die Raben sind von mir hochgeflungen. Ihr seid nie wirklich weitergerannt, oder? Ja. Mr. Ragun? Ja. Wo sind sie? Ich habe mal weitergerannt. Dann bist du schon weitergerannt. Ich weiß nicht, warum ich dich manchmal frage. Was tun wir doch nur? Eine kräftige Aussage. Nein. Bist du laut jetzt? Soll ich jetzt flüstern, oder was? Sehr gerne. Ah, ist ja eher mäßig. Ja, nicht schmatzen. Was anderes tun die auch nicht. Ja, deswegen mag ich den Scheiß halt auch nicht. In der Ordnung schmatzen. Kann ich doch selber. Brauche ich dann für. Du wärst schon Millionär, wenn du das gemacht hättest. Nee, da verzichte ich gern auf die Millionen. Dann ziehst du ja noch einen Top an dazu. Wie? Noch eins? Warum soll ich noch einen ziehen? Moment, Moment. Da oben auf dem Dach. Da. Hat einen Hit abbekommen. Genau, der. Entschuldigung, den habe ich außer wegen getroffen. Heil von mir. Ja. Willst du die Halt wegmachen? Alter. Gerne. Du brennst. Du brennst von euch? Nee, nee, nee. Der kam von da irgendwo geforfen. Oder links von dir. Ich muss mich jetzt heilen. Oh, der rennt da hoch. Hab ihn. Äh, sehr gut. Oh, der hat den Weg getan. Ja, der liegt da oben drin. Moment. War der alleine? Weiß nicht. Mach mal vor uns Rennen noch irgendwas. Da drin ist noch irgendwo einer gestorben. Klar, da oben rennt er da so rum. Ich sehe aber nicht viel wegen dem Stacheldraht. Okay. Alles gut. Mach mal, ich mach mal kurz. Ich bleib fast aktiv. Mich da hinten hinrennen, zur einen Hütte? Falls da jemand... Geht, den Lücken komm ich nicht zu mir, oder? Die Lücken bleiben doch bitte da. Ja, nur eins ablenken. Was? Ach, die anderen sind... Ach so. Hallo Mori. Und von hinter uns... Von hinten können auch noch welche kommen, ne? Ja, ich hab da Mücken hingepackt. Aber falls da welche... Hinter uns? Moment, die Mücken sind weg. Ich glaub, die bleiben nicht unendlich lang. Ne, die bleiben auch nicht lang. Also... Okay. Ich muss gleich ein Morty im Prozess machen, damit ich hier Ruhe hab. Morty, ich bin hier. Menden-Generator läuft vor uns. Ey, jetzt hier keine Cover-Songs machen. Was ist denn hier? Menden-Generator merken? Ich weiß... Okay. ja jemand auf dem ruf und keine ahnung bei den menschen bei dir das okay dann sind wir noch ein paar ich dachte hinter uns kommen noch welche weiter sind vorhin noch haben geflogen hier oben brennt auf einmal hier kommt nicht von unten hoch weil ich eine bärenfalle ja hier draußen ist auch noch eine falle mit rad ich weiß nicht wo der hier drin was gemacht hat und da mir geht ein tor auf stacheldraht wurde ausgelöst ich glaube das ist da oben geworden was heißt unten ein stacheldraht was heißt unten ein stacheldraht da wurde gerade aufgemacht das habe ich stacheldraht vorgemacht und die andere schiebentüre auf der anderen seite auch ich glaube da ist da oben gerannt eine ziehen aber gerade noch nicht da war da einer einer von euch Vorsicht, geh weg, geh weg okay da ist aber nichts da guck ich gerade rein und hier ist ein 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 und hier ja, vielleicht haben sie es noch nicht aufgenommen ja, aber ich sehe es halt nicht liegen ich sehe nur das eine und hier ist ein oh, alter was denn wo nee, der hat mich gesehen durch sein die Lust wow weißt du wo der ist? ob oben und unten? unten okay da war eine Lücke, da hat er mich durchgesehen Tür ist auch offen hier unten ist auch Stacheldraht vor oder irgendwas hat da einer von euch hingelegt an der Tür? ja ja also hier, ne? da kommt irgendwas angeflogen Dynamit irgendwas oh ne, nicht der Dicke scheiße diese Kackwürmer äh, hab ich das auch vorgehört ok unten ist auch ein paar Einer da ist auch ein paar Einer wo die 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 Oh, was? Wer? Wann? Inten irgendwo, keine Ahnung, das sehe ich nicht. Die fangen immer auf mich. Wenn ich hier eine Axt hätte, würde ich da reinrennen. Wenn man vorne vorbeiläuft, dann ist dies dann. Da so irgendwo. Okay. Ein paar Flecke, wo man durchgucken kann. Ja, da hinten war er gerade. Leider verfehlt. Oh, ich habe ihn getroffen. Du hast ihn gekillt. Echt? Der hat einen Headshot bekommen, ja. Das war ein Headshot. Ach was. Oh, das war der nächste. Hau ich mich jetzt hoch. Habe ich doch gesagt, ich habe es hingelegt. So, wo ist jetzt der andere? Der andere ist tot. Dann hast du einen Headshot gegeben. Ach dann. Da war dein Kollege. Verdammt. Ich habe beide gekillt. Nee, ich habe den letzten gekillt. Ach so. Der hat den im Turm schon gelootet. Negativ. Oben liegt auch noch einer drauf. Ich weiß gar nicht, wo der im Turm war. Hör auf, er kann auch an der Ecke hängen. Kann sein, dass er zu dritt war. Ja, aber kann auch der sein, den ich hier draußen gekillt habe. Kann auch sein. Hast du einen Moment. Wo liegt der denn tot rum? Wo hast du den gekillt? Warte, zünde ihn doch nicht an. Ja. Den will ich eigentlich. Warte, 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 warte. Blöde meine ich. Okay, hier liegt einer. Warte. Nimm mal kurz mit. Äh, alles gut. Krass. Den habe ich nicht gesehen. Ich habe einfach nur reingeschossen. Leute, man ist doch direkt ein Headshot gegeben. Also hier liegt nur einer zum Looten? Was? Wo liegt der denn? Der, der ich einen Headshot gegeben habe. Hast du nicht gesehen, Leute? Nicht hier hinten. Doch, hier hinten. In der Ecke rum. Alter, ich habe nicht von. Alter, ich habe nicht da. Doch. 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 Ja, genau. Ich habe ja noch gewohnt, hätte ich den Quatsch jetzt den Ding getroffen. Ja. Ja, sonst ist alles clear. Ich gucke mal, ob hier oben noch einer drin ist. Hier oben liegt noch ein Bounty, also wenn einer will. Der Stachel gerade liegt hier oben. Da kann ich aber sehr gut wegräumen. Das ist kein Problem. Ich kann einfach durch. Aua. Aua. Ich will auch so achten. Und hier draußen liegt noch einer. Stimmt, draußen habt ihr noch eingekillt den Turmband. Und wie viel haben wir denn jetzt? Ja, den hat er nicht gehört. Von so einem Anfang. Hier liegt nur einer rum. Aber ich habe weder wohl anscheinend mitgenommen hier. Hier nicht nur einer, zum Looten. Ja, Ragun, ja, ich loote mal. Ragun, welcher hast du jetzt gelootet? Achso, du hast ja einen gelootet. Du hast ja welche gelootet, oder? Ich versuch's. Ja, aber die meisten sind schon geblüht. Ja, dann geh mal hier aufs Dach. Ich hab schon zwei gehabt. Ja. Hast du den einen hier im Turm gelootet? Den hab ich gelootet im Turm, ja. Der liegt ja da. Das, Alter. Siehst du, die Falle hier vorne war auch ziemlich gut. Aber der ist ja auch so in eine Falle noch reingerannt. Der hast du gar nicht gesehen vorher, ne? Oh. Wie der da rum hängt. Ja, die ist doch gut. Hier liegt der Bornheim. Das ist wo. Hier. Oh, ja. Oh, ja. Oh, nee. Nee. Puh, war doch ein netter Kampf. Das war wirklich. Das war wirklich nüt. Ja. Ja, dann, äh, will ich sagen, gehen wir zum Auskampf. Ach ja, stimmt. Die anderen sind ja schon weg. Die anderen sind ja schon weg. Die anderen sind ja in Warpcoren. Okay, sonst clear. Hier. Vier Hunde vor uns. Warte. Ich flasche sie. Ich hab keine Person mehr. What? Geht's. Ich bin teuer. Ich bin teuer. Das ist denn der Hundepenner, ne? Da geht's ja auch in der Hölle, oder? Arschloch, Hunde. Oah, ja, 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 ja. Hunde. Arschloch, Hunde. Das sind die nicht-netten Hunde. Dann gibt es auch noch die netteren. Und dann gibt es noch Mali. Gut. Drei Sekunden noch. Essensglocke. What? Was? Ey, alte Scheiße. Das... Du kriegst hier einen Headshot, Alter. Ich seh nichts. Das riecht der ganze Scheune durch. Da war so ein Headshot, wo... Also, wenn wir den bekommen hätten, wo... Oh, Scheißspiel, machen wir erstmal aus. Oh, genau. Dann treffe ich jetzt nicht. Ja, ich gucke hier die Kugel. Den kenn ich. Ey, war gut, dass du nicht getroffen hast. Ey. Gibt der eben einen Headshot von hinten. Im Dunkeln. In Dänemark. Ja, mit... Aus Dänemark. So weit, ey. Aus Dänemark. Die Headshot-Entfernung. Unglaublich. Ich hoffe, dass ich daran denke, an die Folge Headshots aus Dänemark. Du, das war mal ein Upload von 30. 30. 30 ist aber echt nicht viel. Aber cool, dass es auf jeden Fall... Ich hab 10. Ja, gut, ich hab 40. Toll. Ja, aber ich hab nur... Ich hab nur... Oh. 30 ab. Äh, schreckt. 30 oder fast 40. Upload. Äh, Download. Insofern ist das... 1 zu 1 ist das... Ist schon ziemlich gut. Ja, ich bin gerade überlegen, wie hießen die Leitungen denn sonst immer? Da war ja keine Standleitung. Die hießen ja anders. Die ab und da... Ja, die... Ja, die... Ja, die liegen halt hier, die Leitungen, ne? Ja. Sind keine Standleitungen. Haben sie im Boden geblieben. Ach so. Alles gut. Dann haben wir Glück ab. Das ist ja nett. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht gucken wir mal. Das sind... Aha. Das ist ja interessant. Ich hab einen Ausgang gefunden. Oh, da kann was binden. Das ist auf sich zu. Ja, das ist ja so. Ich bin reinkommen. Also, ich bin im Ausgang. Okay, ich muss wieder ausrennen. Auseinander gepflügt. Ich hab' ich jetzt sowieso schon geworfen müssen und nicht einmal benutzt. Gengis Khan. Dein Knie blutet. Danke. Hahaha. So, guck mich. Weißt du, siehst du, siehst du, siehst du, siehst du, siehst du, siehst du... Ich hab' den auf dem Dach geholt. Ach ne, den auf dem Dach habe ich glaube ich geholt. Ich hab' einen. Welchen hab' ich denn drin? Wo, wo seht ihr das denn überhaupt, wie viel ihr habt, weil ich hab' meine Mission. Letzte Mission. Letzte Mission. Musst du weiter klicken und dann lobby oben jetzt die Mission. Ach so. Ach so. Genau. Ne, genau. Ich hab' nämlich mit meinem Scope den auf dem Dach geholt. Genau. Den hatte ich erst einmal schon ein Dings abgegeben. Dann ist er Schrein weggerannt so gesehen und dann hast du ihm einen mitgegeben. Dann ist er umgekippt. Genau. Da war ich nämlich ziemlich weit hinten noch. Und dann hab' ich den, äh, den anderen. Den anderen. Stimmt. Der war das gar nicht mit Stacheldraht. Genau. Ich dachte, der auf dem Dach wäre von euch gewesen. Ne. Ne, ne, ne. Also, ich hatte einen gehabt. Ne, ne, wusste ich. Sowas geiles wie auf dem Dach. Sowas macht er auch nicht. Das ist richtig. Und deswegen sag' ich auch bis zum nächsten Mal zu Hans Showdown. Danke fürs Einschalten. Tschüss. 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 Ist das jetzt wieder besser mit der Stimme hochgehen oder wollen wir eher runtergehen? Keine Ahnung. Darfst du den in Dänemark aussuchen. Okay. Tschüss. Was hast du für die Tiefe entschieden? Also gleichbleibend. Ne, gleichbleibend. Gleichbleibend. Mhm. Nicht hoch oder untergehen, sondern gleichbleibend. Mhm. So wie unser Skill oder unsere Folgen. Die sind immer so gleichbleibend. Und unsere Unterhaltungen sind auch immer ziemlich ähnlich. Ne, die gehen meistens im Keller. Also da sind meistens das Niveau. Wie die Titanic. Nivea. Oh, ich hab ein Video-Update. Ah, das ist gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tut. Tschüss. Gitaas años Tschüss